Hey Jungs, wer seid ihr denn? Hey Leute, hey, wer seid ihr denn? Hey, ist das für ein Kanal? Dat ist jetzt nicht mein Kanal, ne? Egal Leute, hallo liebe Leute, willkommen zu einem Video von mir, den Roblox Conny aka Lplay3 aka Daniel und heute werden wir ein bisschen Roblox Bad Business spielen und ihr habt heute einen aufgedrehten Jungen anstatt einen langweiligen alten Mann Also wir werden heute ein bisschen Bad Business spielen und jetzt abwärts Also Leute, jetzt sind wir drin in Bad Business und wir werden jetzt ein bisschen hier Oh Jungs, drei Leute, Digga, was soll das? Alter, man spawnt und dann kriegt man sowas Richtiger Abturn hier Also das ist Bad Business, ihr solltet das Prinzip vielleicht schon kennen Wenn ihr schon meine Videos mal geschaut habt Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das spiele aber nach sehr langer Zeit und es geht wieder mal Richtung, wie immer bei mir nach oben in Bad Business Heißt, wir sollten jetzt eigentlich voll abrasieren Hier, Double Kill Äh, äh, wie kriegt man? Man, oh mein Gott, das sind drei Irgendwas stimmt doch nicht mit Bad Business Ihr kickt man doch, ei, 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 das sind auch noch Camper, man Äh, hier, drei Leute wurden schon gebannt mittlerweile Weil er jetzt hier, äh, kam hat schon ein bisschen Hier schon, ja, ihr wisst schon An diesem Video sind drei, äh, drei Leute beteiligt Also Roblox Conny mit seinem Kanal Einmal die hübsche F***se ich Und dann im Video Kuss geht aus Gott Also, und der Kater ist heute Kuss geht raus an Roblox Felix Also, Leute Chillt mal Heute wird das ein gottloses Video Also, ich hoffe, dass Conny mit dem Video zu Mit dem Video zufrieden ist heute Und, äh, er sich nicht denkt Alter, auf was hab ich mich da eingelassen Es ist doch so lächerlich Immer wieder der gleiche Spaß hier, Mann Mene F***er Ai, 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 ai Mein Auge juckt Liegt nicht an den ganzen Haaren, die ich habe Jetzt ruhe Jetzt raste ich nicht aus, Digga, mach es Ah, ah, jetzt, jetzt, jetzt Jawohl Äh Äh, jawohl Da haben wir den Kill Hier, wo, wo Da ist doch ein Gegner Was bin ich für den Kompetenter Hey, ey Komm doch her Komm doch her Was Nein Ey Jawohl, Alter Gottlos Ja Nein Jetzt, ich habe noch einen Ton Hört mal zu Okay, Schluss, bitte lustig Ich bin in den Neld reingelaufen Ich weiß nicht, wie ich das machen soll Ich bin überfordert Mit mir selber Wie viele Leute gepackt werden Ich sehe sie Deswegen hast Niederlage Niederlage Weißt du warum? Weil es so viele Hacker in dieser S***erbie waren, Mann Jungs, für die nächste Runde brauche ich definitiv eine Schottbrille Weil das wird jetzt ein bisschen heavy Jawohl Ja Assist, Alter Ich küsse doch dein Herz Ich küsse dein Herz Weiter geht's Abfahrt Leute Auf der B8 wird geblitzt Aber es ist mir egal Ich sprinte wie ein Meister Auf den Minen Ist ein Raser Ein Geisterfahrer Er hat ihn Er hat ihn Das gibt's doch nicht Er hackt Habt ihr das gesehen? Regie, bitte Wiederholung Was kannst du mir noch nicht erzählen hier? Wir brauchen Videobeweis In dem S***spiel Wo ich einmal den da mache Und dann will ich das ja Den Spaß wiederholt, Mann Das gibt's doch nicht Also für diese Maßnahme Muss ich doch auf ärgere Sachen zugreifen Okay Zwar sehe ich jetzt weniger Aber ich werde nicht vom Licht nicht geblendet Ey Ey Ich ändere jetzt meine Waffe Ich hab keine Lust mehr mit Schmutz hier zu spielen, Mann Immer muss man sich das gefallen lassen Ich hecke Ich bin cool Ihr seid Schmutz Genauso wie ich Aber ich darf Schmutz sein Ich bin alt Schon wieder Ein Sniper Jetzt will ich meine Waffe schon wechseln Ab geht's Raygun Piu, piu, piu Ich sehe schon Ich sehe schon vom Dach Dass irgendein Lustiger Hampelmann Mit einem S*** S*** Sniper herumspielt Oh mein Gott Diese Kindersicherheit Hahahaha Digga Und ich brauche 1000 Schüsse Bin ich jetzt Das war die Sonnenbrille Raygun ist doch so lustig Hahahaha Die Sponder Jetzt Komm Jetzt müssen wir ein Ein Pro Video Material Jetzt spielen wir mit dem Snowball Launcher Bin mir nicht so Ja So Das ist jetzt Pro Material Das ist das erste Pro Material Nach 10 Minuten oder so Taktischer Warte Das ist kein Campen Leute Das war ein taktischer Warte Und jetzt müssen wir weitermachen Weil so Junge wie viele Leute werden in dem Dreckspiel gebannt Pro Material Pro Material Spoiler Warnung Bitte rein Ah Das ist Pro Material Pro Material Von wegen Ah 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 Wo kommen die eigentlich immer Und dann sind die weg Ist das Teammate Nein das ist tatsächlich kein Teammate gewesen Mein Hals Alter Nach dem Video brauche ich echt Schadenersatz Für meine Stimme Und ihr sagen der Schatz Für eure Ohren oder so Hahahaha Die könnt ihr euch alle bei Roblox Kondi abholen Ich bin nicht euer Ansprechpartner dafür Wo 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 Es ist doch so lächerlich Pistol Pistol Time Ab in den Untergrund Jetzt komme ich wieder raus Wie ein Maulwurf Jetzt komme ich wieder rein Und komme raus Wie ein Wurm Was das Ding ist Hä Es ist tatsächlich ein Schusswaffe Was Ich dachte es ist Was für ein Schmutz Aaaaaah Drecks Camper Weg mit dem Schmutz Niederlage So Jungs So Jungs So Jungs Das war's mit dem Video Danke dass ich so ausrasten durfte Ich hoffe ihr habt schon den Abonnieren und Like Button schon lange gedrückt Und muss ich nicht jetzt sagen Es haben wir erst im letzten Letzten Ausstatt des Videos Bitte abonniert Naja ähm äh danke für das Video Daniel Leider konnte er nicht länger aufnehmen weil seine Mutter ihnen jetzt Hausarrest gegeben hat Wenn euch das Video gefallen hat dann lasst gerne noch ein Like da Abonniert meinen Kanal Abonniert Daniel Und abonniert vor allem auch Roblox Felix der das Video geschnitten hat Video ist genial Aber beim nächsten Mal bitte auch 8 Minuten Was soll denn das Kann ich das nicht mal richtig monetarisieren Bis dann und Ciao Das soll nicht im Videotritt sein Nicht im Videotritt sein